hallo und herzlich willkommen heute habe ich das spiel call of antia viel spaß okay und da sind wir an stadt war mal das ganze kostenlose beschwörung habe ich nicht müsste warum habe ich keine kostenlose beschwörung ach da ist ein mit dem anten beschwören ist nicht gut mission anspruch da meine dailies schließt drei stufen in einer kampagne ab ok machen wir drei stufen eins Ops! Ok Feuer Das war glaube ich Licht Schatten Wasser Und Erde Oh ja, jetzt und Mein Drache ist frei Schatten 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 Das war's für heute. Hmm. Bin ich da jetzt drin oder nicht? Ich bin aber bestimmt im Blenden hier unten irgendwo. Wie heißt es eigentlich? Brigitte. Oh, kleine Brigitte. Lol. Ah da. Ganz hauber an zweiter Stelle. Und? Ja. 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 Da sind die Missionen. Noch zwei Kämpfe. Oh, sieht so gut aus. Lass mal so. Super. Einmal den. Einmal den. Und BAM. Heilen. Schwerkt. Und das ohne Drachen. Schon wieder Neuerkirche. Zimmel. Zimmel. Okay. Zimmel. 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 Behold, Trooper! First go, first serve! So what happens to her? Yeah, only to go. Here. Huh. Den Drach noch mal losschicken, aber es wird ganz schön knapp gerade. Jawohl, eine verloren sind nur zwei Sterne drin. Einstellungen. Level ein Helden auf. Das ist Mama. Alle dreißig. Den Liedern. 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 Ich grüße Liedern. Leckert. Liedern. Das ist das. Liedern. Liedern. Material ist im Hellen aufsteht, das brauche ich bestimmt, das braucht der Heilerin, naja Das müsste ja erstmal reichen Für bessere eine Waffe Ich habe noch ein, zwei Waffen zur Verfügung, die ich verteilen kann Ansprüche Ach, das gibt es jetzt nicht, nur der eine fehlt mir Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich Ich hab so noch ein Gefähr Da Jetzt hab ich noch ein Schwert Da So, jetzt sind alle meine Sachen am Vergehen Da Er ist mit ihnen hier Lass mal Olaf mal aufsteigen Gut Auf Heimat Schließe Kapitel 5 ab Schließe Kapitel 5 ab Wird gemacht Wird gemacht Ich hab die Post Ok Event habe ich noch hier Ok 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 So Ich glaube Would you like to see the Everplay screen? Alles grün. To the bottom of the ocean. Let's fly, my rat! Hey, hey! Hmm. Gehen Sie den Drakern! Das war's für heute. Das gibt's doch nicht. Nur weiter gehen. Ich hab's jetzt von denen da oben genommen. Was ist denn jetzt? Beg gezwungen. Was ist denn jetzt? Töne noch so für Leben. Ha. Der Drache ist wieder frei. Der Drache ist wieder frei. Ach nee, die Unterlagen. ... 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 So, Lila habe ich nicht, ich habe nur blau, grün und gelb. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nein. Also die heilt. Genau das war der Heiler von vorhin. Oh. Gut. Okay. Zeit werden. Gut. 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 Das wird der eine, der nur bei Kombos angegriffen werden kann. Das ist der Ende. Und gleich den Drachen. Das Ende, Mann. Okay. This is the end. By the powers of light. So. So. This is the end. This is the end. This is the end. By the powers of light. Bam. By the powers of light. 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 Bestellte hier, habe ich auch alles hier, Kampagne 3, auch alles, Kampagne 4, da fehlt ein Stärzeste. Oh, okay. Ah. Gut. Open the sea! Let him fly! First go! First serve! There is a thousand on you to do! Let him fly! By the Knights of Nair! Let him fly! I need green! Otherwise there will be someone down! No! Oh, down! Ah, Mist! Das wird wieder nichts! Bleib bei 2 oder 1 Stern nur! So, Mist! Kurz vor dem Ende habe ich verloren! Naja, nicht verloren, aber den letzten Stern nicht gekriegt! Ich würde mal sagen, das war es denn auch schon für heute! Hier noch die Steine holen! Obwohl da ist noch eine Minute und drei Sekunden! Warten wir noch mal kurz ein Momentchen! Und bauen wir noch was anderes aus! Und wenn es ausgebaut ist, dann... ja! Level 4! Das! Komm! Oh, was ist bei Kampagne noch? Ach, das da oben! Ich habe gar nicht gesehen! Ich habe gar nicht gesehen! Das. Wäre nur noch kein Tor! Und hab's in der Hormung! Ah! Oh, okay, 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 okay. Gut, dann möchte ich mal sagen, das war es für heute. Anzeichen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich will noch schnell mein Ticket ab. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, bitte. Viel Spaß und auf Wiedersehen.